Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio Business Chart. Mein Name ist Josef Obergandschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecobono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktienton Röschen Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast Netzwerk von Christian Drastil, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Über Geld spricht man nicht. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Es geht um das Einkommen und die Frage, ab welchem Einkommen du zu den wirklich Gutverdienern gehörst. Bevor wir uns nun intensiv mit den einzelnen Zahlen auseinandersetzen, möchte ich dir ein grobes Gesamtbild vermitteln. Weltweit gibt es 650 Millionen Menschen, die mit weniger als 2,15 Dollar pro Tag ihr Auslangen finden müssen. Das ist genau die Grenze, die die UNO als Grenze für extreme Armut definiert hat. Das heißt, alle Menschen, die weniger verdienen, werden als extrem arm bezeichnet. Auf der anderen Seite gibt es lediglich drei Milliarden Menschen, die mehr als 10 Dollar pro Tag verdienen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Extremarmen drastisch reduziert. 1990 haben noch 38 Prozent der Weltbevölkerung als extrem arm gegolten. Im Jahr 2019 waren es unter Anführungszeichen nur mehr 8,5. Mit den Millennium Development Goals wurde auch das Ziel verfolgt, die extreme Armut drastisch zu reduzieren. Und das ist auch eines der größten Erfolge der Menschheitsgeschichte, wenn man den Ausführungen des mittlerweile leider verstorbenen UN-Generalsekretär Skofi Annan Glauben schenken kann. Die letzten beiden Jahre waren aber für uns und für die gesamte Menschheit absolut außergewöhnliche Jahre. Wir haben eine Corona-Pandemie erlebt. Wir haben den russischen Einmarsch in die Ukraine erlebt. Wir haben eine stark steigende Inflation erlebt. Wir haben Lieferengpässe erlebt. Und das Ganze hat eben dazu geführt, dass eben die Anzahl jener Personen, die in extremer Armut leben, sich wieder deutlich erhöht hat. Manch einer spricht sogar schon davon, dass die gesamten Fortschritte in diesem Jahrhundert bereits wieder zunichte gemacht worden sind. Kommen wir nun zu der Frage, wie viel du verdienen musst, dass du zu den wirklichen Top-Verdienern gehörst. Weltweit betrachtet musst du pro Jahr 124.720 Dollar verdienen, damit du zu dem Top-1% gehörst. Es ist allerdings eine sehr breite Spannweite zwischen einzelnen Ländern zu beobachten. In den USA benötigst du beispielsweise schon 336.953 und damit nahezu dreimal so viel als im weltweiten Vergleich. In anderen Ländern wie beispielsweise Deutschland liegt die Grenze für das Top-1% bei 212.106 Dollar und am Ende der Skala findet sich in Äthiopien mit unter Anführungszeichen nur 24.297 Dollar. Gehen wir nun auf die Einkommensverteilung in unterschiedlichen Segmenten ein. Weltweit gehörst du zu den Top-10-Verdienern, wenn du etwas mehr als 40.000 Dollar pro Jahr verdienst. Auf der anderen Seite der Skala, also die 10 schlechtesten Prozent, verdienen nicht einmal 800 Dollar. Das ist schon einmal eine relativ breite Spannweite zwischen dem Top-Perzentil bzw. auch den 10% der schlechtesten Verdiener. Etwas nach oben geschoben ist die Skala bzw. die Bandbreite in den USA. Du gehörst bei einer Grenze von ungefähr 100.000 Dollar Jahreseinkommen bereits zu den Top-10% der Bestverdiener. Im Umkehrschluss verdienen die schlechtesten 10% nicht einmal 4.000 Dollar pro Jahr. Wie schaut es in Europa aus? In Deutschland gehört man mit einem Jahreseinkommen von ungefähr 70.000 Dollar zu den Top-10%. Nach unten hin liegt die Grenze bei ungefähr 5.000 Dollar. Da sind natürlich auch Themen wie Teilzeitbeschäftigung und andere Punkte mit inkludiert. Spannend ist es auch, wenn wir einen Blick nach China werfen. Dort ist es so, dass du mit einem Jahreseinkommen von ungefähr 100.000 Dollar bereits zu den Top-1% der Bestverdiener gehörst. Die 10 besten Prozent verdienen knappe 40.000 und die schlechtesten 10% nach unten hin verdienen nicht einmal 1.500 Dollar pro Jahr. Kommen wir nun zum Durchschnittsverdienst, zum Medianeinkommen. Mit einem Einkommen von über 7.000 Dollar pro Jahr gehörst du schon zu den 50% der besser verdienenden Menschen weltweit. In Amerika musst du dafür schon mehr als 30.000 verdienen. In Deutschland liegt die Quote ebenfalls bei rund 30.000 und wenn du Richtung China gehst, dann liegt die bessere Hälfte bei einem Durchschnittseinkommen von über 10.000 Dollar pro Jahr. Prinzipiell muss festgehalten werden, dass die Einkommensschere zwischen den Reichen und den Armen nach wie vor sehr groß ist. Besonders stark nach unten hin ausgeprägt ist die Situation in den Entwicklungsländern. Das heißt, da gibt es überproportional viele Menschen, die mit sehr, sehr wenig Einkommen ihr Auslangen finden müssen. Einen gewissen Shift nach oben gibt es in reicheren Volkswirtschaften wie beispielsweise in den USA, in Deutschland oder in anderen europäischen Staaten. Und was ebenfalls auffallend ist, dass die Spannweite in Europa beispielsweise doch deutlich geringer ist als beispielsweise in den USA beziehungsweise in China. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu warten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.